Und herzlich willkommen zurück zu South Park! Ja, wir haben ja hier unseren harten Kampf gehabt. Ich musste leider hier eine Beschwörung benutzen, weil der hat einfach zu viel Damage gemacht. Und ja, jetzt gehen wir, glaube ich, hoch zu Jimmy, also dem Barden, und kämpfen nochmal gegen ihn. Und Kenny wird vergewaltigt. Wir müssen zur Prinzessin kommen! Verhindere, dass Kenny vergewaltigt wird? Hä? Ich hör auf den Bett knacken, ey, nee, ihr habt das doch jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Wer 10% mehr schaden hat, wenn du blockst? Nehmen wir mal. Warte mal, hör'n! Sie haben die Prinzessin gerade jetzt! Wir müssen da rein! Ey, nee, oder? Alter! Alter, er springt nur da drauf rum! Wie komm ich jetzt da ran? Wie komm ich jetzt da rein? Wie komm ich jetzt da ran? Wie komm ich jetzt da ran? Ah! Wie komm ich jetzt da rein? Ok... Ah, ich hab verstanden! Aber hier hoch komm ich nicht. Ah! So, jetzt komm ich da hoch. Sie haben alle verliebt. Sie sind schon wieder. Sie haben alle verliebt. Ich muss sie noch irgendwie ran kommen. So. Und jetzt ziehen. Ah! Oh! Ja ne, ist klar. Ok. Dann retten wir die Prinzessin. Dann haben wir die Prinzessin vor der Vergewaltigung gerettet. In Anführungsstrichen... Wie ist es ein Dekletter? Ich bin sicher, dass die Scheiße nicht nach unten kommt! Dann holt ihn Kenny auch runter. Aber leider, das war falsch. Ähm... halt... Q... F... Ja, das ist kein Problem. Hä, okay, was haben wir hier? Ich helfe dir, Baby! Oh, ja! Oh, das sind ein paar große Kleine. Oh, Mann, oh, Mann! Ha, 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 ha! Das ist so wild! Double D-Buddy-Powers! Double D-Kumpel? Oh, nein! Müssen wir jetzt mit Kenny kämpfen oder was? Oder kann ich auch Butter nehmen? Wir haben eine Gruppe... Butter... Okay... Weil lieber habe ich Butter... Aber ich weiß nicht, wie Kenny kämpfen tut... Ich kann bestimmt wieder irgendwelche Fallen machen... Baller... Okay... Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Zwei... Den könnten wir so holen... Haben uns wieder Kämpfe gespart? Und ich glaube, da sind schon ein Pokémon, wenn ich mich alles täuscht... Die Maus da... Feinen Bogen? Was war das denn gerade? Äh... Ich habe doch gerade irgendwas ausgehoben, was Feinen Bogen hieß... Feinen Bogen... Ne, das brauchen wir nicht... Für jeden Angriff brauche ich keinen Empfehl... Den haben wir gelootet, oder? Ja... Okay... Ist das nicht ein Pokémon? Ja... Ich dachte, das wäre so eine Mutantenratte... Ein Gong... Hm... Das hat der Wokler aber nichts gebracht... Waldelfen-Handschuhe! Sind die besser? Bogen anste... Oh, ja! So, dann ändern wir die schnell... Holen hier dieses Ding raus... Und fügen das dort ein... So... Sieht so aus, als ob unser... Dieb... Wer zum Bogenschütze mutiert... Aber es gibt ja auch Diebe, die mit Bogen rumlaufen, von daher... Woher komme ich jetzt dahinter? Fellbüschel... Was ist das hier? So... Da ist ein Schatz... Ah... Und hier kommen wir dann bestimmt... Zum Barten rein... Sieht so aus, Ranbüschel... Du hast doch keine zuvor, Ranbüschel... Gib mir die Schatz... Gib mir das aus... Wenn du das fertig bist... Wizard-King... Darf mal bitte... Und jetzt dein... Und jetzt dein... Und jetzt dein... Jetzt geht das wieder... Jetzt geht das wieder... Und jetzt dein... Ich gehe jetzt... Und jetzt dein... De... 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 Jetzt gehen jetzt... Und jetzt dein... De... 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 Ob er es ja irgendwann schafft, wenn ich das auch nicht drücke? Komm schon, das schaffst du! Ich gebe immer 5 Versuche, 5 Versuche! Ab jetzt! Komm schon, das schaffst du! Komm schon, das schaffst du! Ah, er hat es auch geschafft! Jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen. Was zur Hölle? Kann ich ihn angreifen? Ja. Ja. So. Ob er das alle 3 vorne trifft? Ja! Geil! Bogen! Bogen! Machen wir hier noch extra Schatten? Oha, unser Bogen macht das echt viel! Leck mich am Arm! Oh shit! Halt! 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 Und W-Budda souyor! Und W-Alt! Halt! 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 Und Wstadt schon tut! Sharon CHF commend Fucking- G-Strone Hut von�� Reise in Kameras! Halt! 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 So, dann haben wir ihn ja gleich. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Ah, kass. Er tut sich aber gleich selber. Durch Schmeuscheln und alles. Und so. Wow, du bist... ...terrific. Der Stick ist ours! Ja! Ah, mit Jimmy. So, was kriegen wir dann von ihm? Krücke der Schwäche. Was macht die denn? Schwächt den... was? Schwächt den Angriff des Ziels bei perfektem Angriff. Trifft einen zusätzlichen Schaden. Stark gegen Rüstung. Und das war's. Die Waffe ist aber besser als unsere Waffe im Moment. Hoppala. Alles nötig. Dann gucken wir uns noch hier bei Jimmy Schnurl an. Finde seine Laufschuhe. Jetzt haben wir noch eine Waldelfenmütze. Die werden wir natürlich ausrüsten. Obwohl... Ne, das lassen wir. Ich behalte meine Mütze. Die hat irgendwie besseres. So, jetzt... Die Krücke habe ich schon direkt ausgerüstet. Finde ich aber nett von dir. Jetzt will ich aber kurz das hier wieder rausnehmen. Und das dann hinzufügen. So, jetzt dürfte die Krücke rot leuchten. Nö, die leuchtet nicht rot. Hm. Das war komisch. Aber wir haben jetzt eine Krücke zum Zuschlagen. Warum nicht? So, finden wir jetzt hier noch irgendwelche Referenzen? Ich schätze nicht. Mit der Eindring. Haha. Dragons. Wie komme ich denn da oben ran? Und da komme ich an die Kiste nicht ran. Kann ich da runterfotzen? Runterpusten? Ja. Ja, du solltest mich für den Mütze nehmen. Nein. Okay, dann ab zu Cartman. Bereit zu gehen, Herr Deucebag? Ähm... Okay, aber schnell rein. Das Inn ist nicht mehr sicher für unsere Kindheit. Wir können doch bestimmt hier noch irgendwelche anderen Sachen finden. Hier waren wir drinnen. Die Garage. Falls wir dort noch rauskommen jetzt. Kommen wir hier raus? Scheiße. Okay, dann müssen wir irgendwann hier nochmal hin. Weil in die Garage, da können wir jetzt nicht. Leider. Also... Reden wir mit Cartman. Bereit zu gehen, Herr Deucebag? Ja. Zurück zum Camp. Jetzt haben wir den Stopp der Harreit wieder. Ja. 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 Ich denke, jetzt mach ich hier erstmal wieder einen Cut, die Folge war dann mal ein bisschen kürzer als die anderen, aber naja, dann schappeln wir nächstes Mal wieder rein und dann gucken wir mal, was unser Vater von uns will. Dann bis zum nächsten Mal, tschau!